Leute, was geht ab? Ich habe gerade meinen Tresor geknackt und Daniel legt mir jetzt mal mein Geld raus. Ich will das mal abheben. Das habe ich hier vor längerer Zeit hinterlegt. Ich weiß nicht mehr genau, wo war das? Welche Nummer? Keine Ahnung, ich glaube 40 oder 39. 39 war es, glaube ich. Das hier müsste es sein. Oh mein Gott, das hier war so... Meine Wertpapiere, sind die da noch drin? Die Wertpapiere sind da hinten, ja. Alles klar. Ja, dann nehme ich die raus. Ja, dann nehme ich die. Und dieses Gerät da, das habe ich, glaube ich, auch gelegt. Okay, dann nehme ich das auch. Ja, gut, dann haben wir alles, das ist im Schloss. Wir haben alles.